Durch die Zolle Zusammenarbeit fühle ich mich hier wohl und deshalb stehe ich jeden Morgen gerne dafür auf. Die Nähe zum Kunden. Als Auszubildender bin ich bereits im direkten Kontakt mit dem Kunden. Das macht mir Spaß und ich fühle mich wichtig. Wir arbeiten in einer agilen Organisationsstruktur. Wir sind in den drei Teams aufgeteilt und arbeiten alle übergreifend und miteinander zum Ziel hin. Es gibt nicht deine und meine Aufgaben, sondern unsere. Wertschätzung. Unsere Kunden haben dank unserer Arbeit Ansprechpartner, die immer für ihn da sind. Es wird sich mit allen Mitteln und Mühen darum gekümmert, dass der Kunde zufrieden ist. Wir bieten für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Somit erhalten unsere Kunden ein Produkt, welches perfekt auf sie abgestimmt ist. Als Azubi findet man bei den Quality Miners eine tolle Vorbereitung auf das Berufsleben, kompetente Ausbilder, die mich super auf meinem Weg unterstützen und eine Atmosphäre, in der es einfach Spaß macht zu arbeiten. Digging for Quality. Together. Wir werden bei den Bestareten. Untertitelung des ZDF, 2020